Hallo meine lieben Freunde, was geht? Willkommen zurück zu dem letzten Part Vom Pokémon Mystery Dungeon, Team Rot Ich hab das Ganze gerade schon einmal aufgenommen Aber mein Sound war komplett aus Und, also jedenfalls nicht aufgenommen Ich hab das einfach den ganzen Part über nicht gemerkt, das hab ich erst gerade eben gemerkt Jetzt muss ich den Part halt einfach noch einmal aufnehmen Aber ich wette, ich werde trotzdem komplett wieder Gänsehaut bekommen, so wie eben Ich war, wow, den ganzen Körper gezittert, egal Es sind Schockvillen und sie sind gigantisch Ah, jetzt verstehe ich Sieh nach oben, Rikosa Was ist das? Ein Stern, ein riesiger Fall in der Stern Wenn er auf seiner Flugbahn bleibt, wird er die Welt zerstören Und deshalb sind wir hier, Rikosa, bitte zerstöre den fallenden Stern Hm, deswegen also Ja, bitte beeil dich und zerstöre ihn Hm, bevor ich das tue Muss ich wissen, wie entschlossen ihr seid Der Stern ist bereits zu nahe Wenn ich meinen Hyperstrahl entfessle, hier und jetzt Werdet auch ihr nicht davon verschont werden Äh, und? Wir sind wussten es von Anfang an und haben es von Anfang an in Kauf genommen Wohlgesprochen Und fessel deinen Hyperstrahl, Rikosa Tue es, um die Welt zu retten Blick dem Schicksal ins Auge Ah, oh Gott Hilfe Ah Das Licht Hm? Ähm Ist das Ein Traum? Nein Nein Nein, das ist kein Traum Ich Ich weiß Ah, der Stern explodierte und riss mich fort Und jetzt wandle ich Als Geist zwischen den Welten Hm Was wird nun passieren? Hä? Ähm Dieser Schatten Gengar? K-K-Kiachoki Hat nicht viel gebraucht, dich umzuhauen Geschieht dir recht K-K-Kiachoki, was soll ich jetzt mit dir machen? Ja, ich weiß Ja, ich bringe dich in die Schattenwelt Genau das mache ich K-K-Kiachoki Okay Ich glaube, ich habe Rengar jetzt auch jedes Mal eine neue Stimme gehabt, oder? Hm Hm Ja, Gengar schleppt mich fort Gengar sagte Er bringt mich in die Schattenwelt Was ist die Schattenwelt? Lässt du mich in einer Welt zurück, die mir fremd ist? K-K-K-K-K-Ä Äh, hä Verdammt Ich habe den falschen Weg genommen Äh Was? Sieht mir gar nicht ähnlich. Wo geht es denn ganz jetzt lang? Ist doch egal. Ich lasse dich einfach hier liegen. So, auf Neverwiedersehen. Okay. Wo sind wir jetzt? Hey! Hey, hörst du mich? Wach auf. Oh, lol. Warte, hat Genga uns etwa gerettet? Hm. Dieser Ort. Moment, hat Genga uns gerettet? Ah. Wieder bei Bewusstsein. Ah. Oh, nee. Oh, wow. Ich bin mir ganz sicher. Ganz sicher, Genga. Hab mich dort gerettet. Vielleicht hat Genga auch Doki gerettet. W-w-w-w-w-du lebst. Wir haben uns heute Sorgen gemacht. Du warst unglaublich. Bin ich froh, dass es dir gut geht. Das ist so schön. Danke. Euch allen danke ich. Aber... Was ist mit dem Stern? Was ist mit ihm passiert? Wow. Okay. Habt keine Angst. Der Stern, er existiert nicht mehr. Auch wenn es nicht sofort geschieht. Die Katastrophen werden die Ende sehen. Okay. Nice. Oh, zum Glück. Tatsächlich. Wir haben es geschafft, Doki. Es hat geklappt. Oh, die friedlichen Seiten sind zurückgekehrt. Nice. Nice. Klos im Hals. Das geschieht doch. Das schreit nach Feierei. Ich gebe mit meiner降gebDelaron-Bombe. Das Startsignal. B-w-w-w handler mit dem Dinger nicht auf mich, klar? B-w-w-w瞬- happens while schoolする. B-w-w-w-w hesitation. Nein, nein. Mach nur. Haha. B-w-w-wha. Du machst mal Witze. Ich halte ihn fest, dann kann er nicht entkommen. Oh, nicht schlecht. Ist das euer Ernst? Meinst du das Ernst? Nein, nicht, nicht, nicht. Doki. Oh Gott. Gadwar. Wir verdanken dir alles, Doki. Dir und deinen Freunden. In unserer Welt herrscht wieder Frieden. Vielen Dank für alles. Und nun, Doki, deine Aufgabe ist erfüllt. Bald musst du in deine eigene Welt zurückkehren. Es ist an der Zeit, Lebewohl zu sagen. Es ist soweit. Die Zeit ist gekommen. Doki, es tut mir so leid. Sag bitte allen, Lebewohl. Oh, Doki. Doki, dein Körper. Was passiert mit dir? Draki. Und dir alle. Es tut mir leid. Aber ich muss gehen. Was? Was sagst du da? Hört mal alle. Ich danke euch für alles. Wie? Gehen? Was meinst du mit ich muss gehen? Meine Rolle als Pokémon ist zu Ende. Ich muss nun zurück in die Menschenwelt. Unglaublich. Na ja, zurück gehen. In die Menschenwelt. Was? Warum? Warum? Ich verstehe das nicht. Wieso musst du uns verlassen? Haben wir nicht... Sind wir denn nicht Freunde? Ja. Du wirst immer mein Freund sein, Draki. Ich werde auch nie vergessen. Euch nie vergessen. Geh nicht, Doki. Ich bin glücklich, dass ich euch kennenlernen durfte. Was soll ich denn nur ohne dich machen, Draki? Es tut mir leid. Es heißt jetzt Abschied nehmen. Draki. 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 Da gehen wir. Doki. Nein. Kennenlaut. Doki. Warum? Ich verstehe das nicht. Warum? Warum musstest du uns verlassen? Doki. Hat mir das Leben gerettet. Aber ich habe mich nicht einmal bedankt. Einfach weg. Bevor ich Danke sagen konnte. Du hast recht. Einmal zu auf. Und davon... Warum ausgerechnet jetzt? Wer hat wohl die Welt gerettet? Gerade als sich alles zum Guten gewendet hat. So sollte es geschehen. Unsere Welt, sie wurde von Doki gerettet. Ich sehe zurück. Ich sehe hier, als Doki sich gen Himmel der Haupt schien ist. Als strahle das Schicksalsergebenheit aus. Die Bereitschaft, das was kommen würde, zu akzeptieren. Ich denke, ich... Ich denke, ich... Doki wurde... Doki wurde zu einem Pokémon, um uns zu retten. Und als... Als der Stern zerstört wurde, wusste Doki, dass die Zeit gekommen war, uns zu verlassen. Warum... Warum hat Doki mir das nicht eher gesagt? Wenn Doki wüsste, dass es so kommen würde... Warum hat Doki mir da nichts gesagt? Diese Worte konnten nicht gesprochen werden. Dein Herz ist nun gebrochen. Und Doki fühlt den gleichen Abschiedsschmerz wie du. Versuche, das zu verstehen, Draki. Doki! Ja, ich fühle definitiv den gleichen Abschiedsschmerz. Hm. Was ist das? Ich schwebe... Richtung Himmel. Bin ich jetzt ein... Geist? Wo ich wohl hinkomme? Stimmen. Ich höre Stimmen. Dein Freund ist furchtbar unglücklich. Ein wahrer Freund. Ein Freund fürs Leben. Du merkst es erst jetzt. Wenn du es dir wünschst... Von ganzem Herzen wünschst... Seht ihr euch vielleicht wieder. Okay. So, jetzt kommen erst mal die Krells. Genau. Oh, ich hab... Ohne Scheiß... Ich hab das vor 10 Minuten erst alles durch, ne? Und ich hab einfach trotzdem... Ne. Gänsehaut ohne Ende. Mein Körper zittert. Ne. Ohne... Boah. Ich find dieses Spiel... Dieses Ende einfach so überwältigend, ne? Es ist so... Es ist so gut. Es... Es ist einfach... Einfach geil. Das ganze Spiel ist sowieso geil. Ich mein, das Ende... Top nochmal alles. Finde ich. Es ist echt gut. Es ist echt gut. Und ja. Ich hoffe, ihr hattet genauso viel Spaß an einem Spiel wie ich. Noch ist es ja nicht ganz vorbei. Ich spüre das hier mal kurz vor. Aber... Ja. Den Rest... Also, die Hauptstory ist vorbei. Ich werd jetzt auch nicht sofort weitermachen mit den... Mit dem weiteren Spielverlauf. Das werd ich wahrscheinlich eher in einem Livestream oder so machen. Dass ich halt... Jetzt Pokémon eher streamen als statt das hochzuladen. Und... Ja. Das Spiel ist vorerst vollendet und beendet. Ja. Aber es geht noch... Ein bisschen weiter. Ich will nicht weg von hier. Ich möchte noch bleiben. Bei meinem wundervollen... Einzigartigen Freund. Ja, das würde ich gerne. Oh Mann. Oh... Fucking Mann. Wir sind wieder da. Wir sind nicht für immer weg von der Pokémon-Welt. Und können weiterspielen und weiter an Drakis Seite kämpfen. Dungeons erkunden. Und Pokémon rekrutieren. Hier endet die Geschichte von Droki und Raki. Aber nicht für Team Poké-Bugt. Es stehen noch so viele Rettungsaufträge aus. Ein neues Abenteuer beginnt. Die legendären Pokémon stehen kurz davor, in Erscheinung zu treten. Geh nicht weg. Ja, wir möchten speichern. Okay, Leute. Ich hoffe... Ich hoffe... Ich hatte das Spiel... ...so gefallen wie mir. Wir hören uns gleich nochmal auf der Endcard. Und sehen uns dann bei... ...das... ...nächste Projekt wieder. Haut... ...da rein. So, Leute. Willkommen auf das Endcard von Pokémon Mystery Dungeon Team Road. Ihr seht... ...wahrscheinlich... ...ziemlich groß, dass nochmal... ...jeder Part... ...so gesehen, oder Ausschnitte aus jedem Part... ...durchlaufen. Wenn ihr... ...da klickt, kommt ihr zu der Playlist... ...von Mystery Dungeon. Und... ...ja, wenn es euch gefallen hat, das Projekt... ...würde ich mich sehr gern... ...über... ...über Bewertungen... ...von... ...den jeweiligen Partsfreunden... ...und über ein Abo. Und... ...natürlich auch... ...über Kritik. Ich hoffe... ...es hat euch gefallen. Haut... ...da rein. ... 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